ich wollte noch was geiles machen ich wollte noch okay was brauche ich dafür ich brauche einen trichter nicht fast so einen ganzen stack und drei bis vier dropper noch mal quaz ach ja ich habe mittlerweile gut zwei ein halb sechs quaz heißt ich komme gleich wieder und dann bau ich mir das ab dann brauche ich sechs sieben acht fackeln und noch mal quaz weißt du was natürlich auch eine geile idee ist und auf dass man einfach eine ender chest mit in die hölle und wenn du immer weiß scheiße ich könnte jede sekunde sterben nimmst einfach die ender chest und baust die ab packt alles eben in der chest das war der sinnvollste tunnelgang er war habe ich holz problem ist auch ich kann nicht mehr rennen dafür ist extrem viel quaz hier also wenn dann hier hochkommt dürfen wir töten wieso alle geklaut hat da ist die holztruhe ich weiß schon dass wenn jan hochkommt und ich dann du tötest ihn in anführungszeichen du machst das die alle wieder wütend auf dich sein werden ja die werden nicht hoch auf die insel kommen erstens werden sie nicht hochkommen und ich werde sie vorher töten wenn ich jemand ein wenig ja wir wissen ja einfach einfach mit dem bogen ja du machst das portal einfach zu aber ich finde es einfach scheiße dass er klaut also einfach was der was eine endfiese falle ist meiner meinung nach ist ja immer noch du fällst in netter portal und dann ist es netter portal umrandet mit obsidian ist natürlich assi du kannst nicht in den netter wieder entfliehen weil du sozusagen nur teleportiert werden du kannst das portal kaputt machen in viereinhalb minuten ja du brauchst aber viereinhalb minuten und die zeit stehst du rum ja in der zwischenzeit steht draußen einer mit dem fetten bogen ist ja langweilig ich glaube viele wissen gar nicht dass man auch also entweder a ich geh jetzt mit den drei stacks heim und dem stack glowstone oder ich farm noch ein bissl glowstone ich glaube ich farm noch ein bissl glowstone weil ich hab nur noch zwei Hähnchenkeulen als Hunger ja netter ist irgendwie so ein teil da läufst du auf notstrom ne ich geh heim und ich merk mal die stelle einfach irgendwie ja mach das irgendwie schaffelt das schon so jetzt muss ich irgendwie von diesem plateau runter kommen ja es lag wieder wunderbar was macht ne feder mit hähnchenkeule was macht ne feder und ne hähnchenkeule bitte im nether ich überleg grad ich brauch ne ich brauch dafür normalen stein kein eisen oder? redstone boah ich brauch mal ganze redstone mit sooo komm das problem ist des weiteren auch dass ich nur noch nur noch dreieinhalb herzen zweieinhalb herzen hab heißt ich darf auch nirgendwo runter fallen weil ich bin instant tot und das baue ich jetzt und dann baue ich natürlich jetzt gerade mit der mega effizienz vier spitzhacke mich grad durch den nether ein bisschen weil ich quarz farmen will also ums auf ttt mäßig auszusprechen jan ist für mich kill on site wieso? weil er klaut hm ich sowas asozial finde wer fahr hab ich hier aha spender redstone verstärker den stein kann ich wieder reinpacken ich glaub ich hab kein cobblestone mehr ich glaub ich hab kein cobblestone mehr krank hab ich all meinen cobblestone verbraten ähm redstone ich sollte redstone mitnehmen so das hab ich das hab ich ja das soll reichen oh das ist natürlich ein glücklicher zufall komm direkt bei quarz raus ich mach jetzt diese hühner farm äh auf äh zu einer unlimited hühner farm das heißt die hühner werden ähm in das in das äh becken wieder reingeworfen ok oh ich hab schon wieder fast 4 stacks quads die will ich am liebsten alle abbauen oder? weil ich hab ja ah ich hab nen dropper vergessen heißt sie ist noch nicht tödlich what? oder was machst du grad? ahhhh weißt was voll ekelhaft ist? du hast ein Dolby Surround headset und hörst das geschrei der ghasts what the fuck um dich herum äh ich hab grad nen Hühnerausbruch hier das ist ungeil hashtag ungeil aha geht rein bleibt drin Hühner scheiß Fischer ey die haben alle alle Hühner die hier Moment was hat das bitte für eine Haltbarkeit Haltbarkeit 3 ok alle Hühner die hier hätten äh entfliehen können sind entflohen drauf ok dazu ziemlich chilliger Parten abzubauen alles das gibt schön quads um den Turm nach oben hin dann schön umzubauen ohhh geil da kotzt mich jetzt schon an wenn ich diesen das Hühner Ding dahin klatschen will äh dieses Ding dahin klatschen will weil hier ist schon genau was passiert Kiste ist leer oh alter Inventar leeren so 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 oh geil Minipigman wunderbar Problem ist ich regeneriert zurzeit kein Leben und bin instant tot wenn ich einmal irgendwann irgendwas getroffen werde ich bin jetzt echt orientieren wo bin ich boah ne hey ernsthaft scheiß Hühner wollt doch nicht alle raus los boah ich weiß echt null wo ich bin meine Fresse ey und die gehen alle raus aah aah wie da so viel los ist ey da draußen boah ich hasse Hühner ey bei mir sind die Judenlichen ey ja ich hab unten ein paar Hühner freigelassen aus Versehen die stehen halt alle rum ne boah komm mhm fick ich jetzt weg alle sind am ein- am Ausgang alle weg da wie viele Gas sind hier bitte bei mir weiß ich nicht warum ist denn dieser Block hier nicht äh na weg hier boah man ich hasse diese Hühner boah so Block zu meine Fresse hey Hühner gehen einem so auf den Sack wie die Chicks mhm so hoch Alter das immer wieder ich hab nur zweieinhalb Herzen das hast du kein Essen ja das letzte Essen ist aufgebraucht bei mir jetzt holen sollen ich hab nur noch vier Hunger ich hab aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ein Hühnchen gebratenes Hühnchen gefunden in der Hölle Gott sei Dank ne ja Gott sei Dank das ist ja schön irgendwie hab aber das weitere das ist noch ein schlimmes Problem totales und noch vier Hungerkeulen du hast nichts zu essen mehr nix mehr ich hab alles schon aufgebraucht äh soll ich dir entgegen kommen das ist auch ein Problem ich weiß null wo ich bin muss ich erstmal irgendwie schaffen zu orientieren hm so ich brauch noch einen hast du Eisen irgendwo? hm hast du Eisen hier irgendwo in der Nähe achja ich tu jetzt grad netherrack fahren das ist der einzigste Boni ich hab sauviele Stacks ähm netherquards sauviele Stacks ähm oh scheiße das wird ekelhaft ich hab meine Steinspitzhackin meine letzte ist fast weg danach muss ich die Behutsamkeitspicke nutzen um was zu machen? um mich durch die nether zu buddeln ohne dass mich die Gas anballern können hehehehe weißt du wenn du willst kann ich dir auch gerne entgegen kommen und dir helfen ja bitte mach das du musst mich nur irgendwie finden obwohl 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 könnte es sein dass dieser Ort mir bekannt vorkommt ja das kommt kommt er mir vielleicht oder? kommt er mir bekannt vor oder kommt er mir? nein kommt mir nicht bekannt vor oder? doch ich hab wieder gefunden ich weiß wo ich bin oh nein oh scheiße scheiße oh nein 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 magma slimes magma slimes oh magma cream nice gut dass ich wenigstens ein eisenschwert dabei habe ja natürlich man geht in never ohne eisenschwert ja äh ich geh in nether eigentlich ohne alles nur mit spitzhacken weil ich einfach nur farmen will ne never musst du mindestens ne eisenschwert mitnehmen äh ein eisenschwert mitnehmen äh wir haben äh hühner befallen nenne ich das jetzt einfach mal ja ich glaube ich komme jetzt auf den heimweg muss nur irgendwie hoch kommen da wo ich hin muss und nicht in den gast rein rennen boah wunderbar warte was da vorne ist ein gast so ah wie hab ich das gemacht gehabt ja ich hab den weg gefunden voll porno voll porno ja ich überlebe ja und pigman tot nein ähm ich glaub keine pigman an ok wenn ich vom pigman getötet werde dann rast ich offiziell aus weil irgendeinem pigman angehauen hat wobei man damit extrem geile gold nugget farm bauen kann ja gold farm aber ich find's rentiert sich nicht ich hab ja ich komm heim i'm coming home coming home tell the world that i'm coming home ja ich bin im nether portal da man braucht essen Hähnchen ich hab's überlebt und die musik passt wieder einmalig ah jetzt tun die augen weh vom die ganze zeit im nether gucken ich nerven hühner gerade richtig ich nerven hühner gerade richtig ja läuft Dreckshuhn also ich komm gleich hoch ja und dann brauch ich die Glücksspitzhacke jo für laserquartz abbauen und ich hab genug dass wir beide uns dran laben können das ist schön und zwar vier das ist ja ich bin